Bibelabend zu diesen zwei Kapiteln und ich muss gestehen, dass die Wichtigkeit des Evangeliums mir in den letzten Jahren in dieser Tiefe nicht so bewusst war, wie jetzt mit der Beschäftigung durch den Korintherbrief. Wir sind in dem Brief gestartet, es waren wunderschöne Blumen, die uns da gezeigt wurden, dass er an berufene Heilige spricht, an Menschen, die geheiligt sind, die berufen sind und so weiter. Er redet die ganze Gemeinde an, er dankt Gott dafür, immer mit dem Wissen, ich schreibe an die Gemeinde in Korinth, immer mit dem Wissen, das ist eine Gemeinde, die ein so großes Paket hat mit Kämpfen und Problemen und Sorgen, mit denen sie sich wahrscheinlich noch lange auseinandersetzen wird. Deshalb gab es ja noch einen weiteren Brief, insgesamt vier Korintherbriefe und er hat dieses ganze Wissen über die Gemeinde, aber gibt uns dann ein so starkes Bild vom Evangelium und er kommt, er legt die Grundlage im Evangelium und fängt dann vom Evangelium an, über die verschiedenen Felder zu sprechen und wir sehen auch diese Facettenreichheit schon in den ersten zwei Kapiteln. Auf der einen Seite spricht er die ganze Gemeinde an und er gibt ein Bild des Evangeliums, ihr seid begnadet, das Evangelium hat etwas mit euch gemacht. Dann hat er die Leute im Blick, die in der Gefahr stand, sich verschiedenen Parteiungen anzuschließen. Apollos, Paulus, Käfers und so weiter. Die hat er im Blick, die spricht er an. Dann spricht er und dann sagt er im Blick auf diese ganzen Leute, Dreh- und Angelpunkt des gesamten Gemeindelebens muss das Evangelium sein und dann dieser ganz starke Appell, duldet keine Spaltung unter euch. Warum? Weil ihr das Evangelium habt, weil ihr begnadet seid, weil Christus in euch den Unterschied macht und das macht er und jetzt hat er so eine Grundlage des Evangeliums gelegt und jetzt in Kapitel zwei, da sind wir heute angekommen, sehen wir, dass er von zwei Personengruppen spricht und diese Personengruppen unterscheiden sich fundamental voneinander. Zum einen der natürliche Mensch, diese Begrifflichkeit natürliche, geistliche Mensch wird erst in Kapitel, ich glaube ab Vers 14 eingeführt, aber diese Unterscheidung ist sehr deutlich. Auf der einen Seite der natürliche, auf der anderen Seite der geistliche Mensch und die beiden Gruppen, da ist völlig klar, der natürliche Mensch, so werden sie beschrieben, sind die Menschen, für die das Wort vom Kreuz eine Torheit ist. Der geistliche Mensch, für ihn ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. Also größer kann der Unterschied nicht sein und dann haben wir eben mehrfach über die Weisheit dieser Welt und die Weisheit Gottes nachgedacht, wie weit überlegen die Weisheit Gottes doch der Weisheit dieser Welt eigentlich ist. Und für dieses Evangelium setzt Paulus sich ein mit Furcht und Zittern, das hat er letztes Mal gesagt, war sich der Größe des Auftrags bewusst und sagt, ich komme zu euch, aber es fällt mir nicht leicht, weil es geht um so viel, es geht ums ewige Leben, um die Erkenntnis des Evangeliums. Ich möchte uns gerne die ersten Verse für heute Abend vorlesen und zwar haben wir ja letztes Mal die Verse 1 bis 5 gehabt, heute machen wir dann ab Vers 6 weiter. Ich lese den Vers 5 auch nochmal, denn euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch verkünden auch wir Weisheit für die, die dafür reif sind. Das ist nicht die Weisheit der heutigen Welt, auch nicht die der Machthaber dieser Welt, die ja irgendwann entmachtet werden. Nein, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit. Dass diese uns jetzt enthüllt wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt, denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Er führt hier quasi jetzt das näher aus, was er in den ersten Versen bereits gesagt hat. Wir bekommen quasi so einen Blick mit der Lupe nochmal näher ran und wir finden hier jetzt auch in den Folgeversen näher Beschreibungen dieser Personengruppe, des natürlichen Menschen und des geistlichen Menschen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir merken werden, dass da auch einiges für uns mit drin ist. Genau, es heißt zunächst in Vers 6 und doch verkünden auch wir Weisheit für die, die dafür reif sind. Ich finde diese Formulierung ganz interessant. Er verkündet Weisheit. Vorher hat er viel über Weisheit geredet, aber hat gesagt, Mensch, das ist eine Weisheit, die nicht wirklich von Gott kommt, aber es gibt eine Weisheit, die von Gott kommt. Und diese Weisheit, die wirklich eine Veränderung schafft, diese Weisheit, die verkündige ich euch jetzt, für die, die dafür reif sind. Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass eine Weisheit verkündet wird, nur für die, die Jesus im Glauben angenommen haben und die jetzt mit Jesus gut unterwegs sind, die regelmäßig ihre stille Zeit machen. Für diejenigen verkündet er jetzt die Weisheit, weil sie eine gewisse Reife, einen gewissen Fortschritt im Glauben haben. Nein. Genau. Nein. Sondern im Gegenteil, oder eine andere Übersetzung sagt, für die, die vollkommen sind. Ja, wer ist vollkommen? Ja, von uns ganz sicher keiner ist vollkommen. Ja, in sich, in dem, wie er sein Leben lebt. Wir fehlen alle, wir fallen alle immer wieder. Aber wir dürfen immer wieder aufstehen aufgrund der Gnade, sondern wenn aber jedoch Gott, der Vater, uns anschaut, wenn wir zu Jesus gehören, dann sieht er Jesus Christus. Und Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben. Also sieht er, Christus hat für Gerd bezahlt. Er ist gerecht gesprochen. Er ist vollkommen. Und für die gilt eben diese Weisheit. Diese Weisheit wird für Menschen verkündet, die quasi diese Reife haben, die diese Entscheidung für Christus getroffen haben. Also vollkommen in dem Sinne. Der Opfertod Jesu hat eine ganz persönliche Bedeutung. Wir sind geheiligt. Wir sind in die Familie Gottes hineingenommen worden. Und dann, also das ist so eine erste Beschreibung. Also wir verkünden nochmal die Weisheit. Und dann jetzt eine Beschreibung des natürlichen Menschen. Wenn wir in Vers 6 dann die zweite Vershälfte anschauen. Das ist nicht die Weisheit der heutigen Welt. Auch nicht die der Machthaber dieser Welt, die ja irgendwann entmachtet werden. Ja nochmals Kapitel 1. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Die wollen nichts vom Gekreuzigten wissen. Und diese Menschen sind nach menschlichen Maßstäben vielleicht ein Stück weit weise imstande, Dinge zu differenzieren, Entscheidungen zu treffen. Aber die wichtigsten Fragen des Lebens, die es zu beantworten gilt, haben diese Menschen nicht für sich beantwortet, indem sie Jesus eben nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Jesus nicht als den Gekreuzigten anerkennen. Und so kann eben ein Mensch sich noch für so weise halten, noch für so überlegen halten. Nach den Maßstäben Gottes ist er eben nicht wirklich weise, weil es nicht um die Weisheit der heutigen Welt geht, sondern um so viel mehr. Er sagt ja selber, diese Weisheit, diese hochgehalten wird, die proklamiert wird, diese Weisheit, die wird vergehen. Ja, diese Menschen, die sich für weise halten, sie werden entmachtet werden. Ja, es ist wie das Gras auf dem Feld, das verdorrt. Ja, es ist jetzt da und im nächsten Moment ist es nicht mehr da. Und diese Vergänglichkeit, diese Nichtigkeit wird hier aufgezeigt. Die Weisheit der Welt im Gegensatz zu der Weisheit Gottes, die bleibenden Bestand hat, in alle Ewigkeit. Und der natürliche Mensch denkt eben ganz konkret das, was die Welt denkt. Und Gott wird in diesem Denken nicht mit einbezogen. Ja, ihre Weisheit ist beschränkt in dem, was sie eben lernen, was sie mitbekommen, ohne Gott mit einzubeziehen. Und dementsprechend ist natürlich ihr Fokus auch nur auf das Diesseits gerichtet. Und dementsprechend werden sie am Ende vergehen und eben keine Wohnung bei Gott haben. Ja, sich nicht freuen, vor dem Richterstuhl Jesu zu stehen, weil dort die ewige Verdammnis auf sie wartet. Und das ist eben der gewaltigste Unterschied. Der natürliche Mensch wird ewig verdammt werden und ewig, ja, von Gott getrennt sein, im Gegensatz zu dem geistlichen Menschen, der den Geist Gottes hat. Ja, und jetzt, also diese Beschreibung des natürlichen Menschen, jetzt wendet sich Paulus wieder dem geistlichen Menschen zu. Und wir sehen dann nochmal diese Bestärkung. Nein, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit. Also mich hat es gewundert, auch im ersten Kapitel schon, wie stark er sich von der Weisheit dieser Welt eigentlich abwendet und jetzt, wie stark er die Weisheit Gottes für überlegen hält und wie stark er sie eigentlich hochhält. Ja, hier, ein geistlicher Mensch hört diese Predigt von einem Geheimnis, ja, also eine Predigt, die der natürliche Mensch nicht verstehen kann. Für ihn ist es ein Geheimnis. Er kann es nicht ergründen, er kann es nicht einordnen. Es hat keine Anwendung für sein Leben. Und was ist dieses Geheimnis? Es ist ganz einfach das Evangelium von Jesus Christus. Ja, für den natürlichen Menschen ist es nichts Besonderes. Für den geistlichen Menschen ist es lebensverändern. Ja, für die einen verborgen und für die anderen so offensichtlich, dass es offensichtlicher gar nicht sein kann. Ja, wir haben gerade im biblischen Unterricht über das Abendmahl nachgedacht. Also offensichtlicher kann es gar nicht sein, aber ein natürlicher Mensch würde wahrscheinlich die ganze Symbolik, die Bedeutung überhaupt nicht ergründen und begreifen können. Und jetzt eben, ja, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit. Ja, also für uns ist es eine Gotteskraft, wie wir das auch in den letzten Kapiteln öfter gesehen haben. Und das ist eben ganz konkret unser Auftrag. Er ist gar nicht so kompliziert als Gemeinde. Das Evangelium, Thema vorletztes Mal oder letztes Mal meine ich, Dreh- und Angelpunkt des gesamten Gemeindelebens. Das ist unser Auftrag. Wir predigen dieses Geheimnis von der verborgenen Weisheit. Und wenn wir nichts anderes predigen, außer Christus und eben das Wort Gottes, das eben von Christus spricht, dann haben wir als Gemeinde genug getan. Es geht um den Gekreuzigten. Und von daher ist das auch in der Verkündigung unser Auftrag. Ich sage es immer wieder, auch zu den verschiedenen Gruppenleitern. Bringt das Evangelium. Fordert die Kids heraus. Wir werden ein Zeugnis hören, jetzt in den nächsten Tagen, wo jemand sagen wird, dass es in der Kinderstunde um das Thema Bekehrung ging. Und dieses Zeugnis hat diese Person besonders angesprochen und hat dazu beigetragen, dass sie zum Glauben gekommen ist. Ihr dürft euch überraschen lassen. Am Sonntag gibt es das Zeugnis. Und da sehen wir die Macht des Evangeliums nicht nur in der Evangelisation, wenn ein André Tövs da ist, sondern die Macht des Evangeliums in einer Kinderstunde, wo vielleicht jemand eine Lektion gebracht hat, die sich selber als unwürdig oder als nicht vollmächtig vielleicht gefühlt hat. Braucht man nicht. Das Evangelium tut sein Werk und schafft Veränderung, spricht die Herzen an. Von daher ist das auch unser Auftrag in der Verkündigung, in der Predigt. Es geht nicht darum, auch hier dieses Rednerpult dafür zu nutzen, irgendwie meine Ansichten weiterzugeben, was ich über verschiedene Fragen, auch gesellschaftliche Fragen vielleicht denke. Es ist nicht meine Aufgabe, mein Wort weiterzugeben, sondern den Gekreuzigten groß zu machen. Jesus muss uns vor Augen gestellt sein. Damit steht und fällt alles. Und jetzt bekommen wir einen etwas tieferen Einblick. Der geistliche Mensch hat das Evangelium verstanden und was macht jetzt dieses Evangelium im Leben des geistlichen Menschen? Es heißt in Vers 7b, also nochmal, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit, das Evangelium, dass diese uns jetzt enthüllt wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Also dieser Satz, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen, ist an Schönheit kaum zu überbieten. Was wird hier beschrieben, wie stark wir beschenkt sind? Das ist gewaltig, Geschwister. Aus mir selber, wenn ich mich selber anschaue, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann sehe ich alles andere als Herrlichkeit und Schönheit und Ebenbildlichkeit Gottes. Aber wenn ich in mein Leben schaue und sehe, was Christus in mir tut, was der Heilige Geist in mir tut und tun will, was die Bibel mir zuspricht, wer ich in Christus bin, dann kann ich zu keinem anderen Ergebnis kommen, als zu sagen, ich als Gerd habe Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Nicht aus mir heraus, sondern aus dem, was Christus, was der Heilige Geist in meinem Leben getan hat. Ja, durch die Weisheit Gottes hat sich alles verändert. Durch die Weisheit Gottes habe ich jetzt Herrlichkeit bekommen, weil diese Weisheit Einzug in mein Leben gehalten hat. Und diese Herrlichkeit ist nichts anderes, wie es hier heißt, als seine Herrlichkeit. Ich darf quasi Anteil haben an der Herrlichkeit, die Gott ist. Und jetzt könnten wir lange darüber reden, welche Herrlichkeit hat Gott? Und uns würden ganz viele Eigenschaften, Wesenseigenschaften einfallen. Und wenn wir dann sagen, welche Wesenseigenschaften, Herrlichkeit hast du? Dann würden wir vielleicht sagen, oh, ich armer Sünder, es ist wahr, ich bin's. Ja, in uns selber richtig. Aber hier heißt es, wir haben Herrlichkeit, die uns zugesprochen wird. Wir haben Anteil durch das Evangelium. Das heißt, das dürfen wir verstehen. Es hat etwas mit uns gemacht. Über die Sündenvergebung hinaus. Wir sind in die Familie Gottes aufgenommen worden. Das ist eine so befreiende und herrliche Botschaft. Jesus selbst hat uns mit seiner Herrlichkeit bekleidet. Er sagt in Johannes 17, Vers 22, ich habe ihnen, wen? Den Glaubenden, die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also Gott hat uns beschenkt mit seiner Herrlichkeit, mit einem Ziel, damit wir eins sind. Eins in Christus, fokussiert aufs Evangelium und vom Evangelium ausgehend für den anderen da seiend. Und die Gleichung ist eben ganz einfach. Ich habe es mir hier so formuliert. Je mehr du dich mit Jesus beschäftigst, desto mehr wird die Herrlichkeit der Weisheit Gottes in deinem Leben hervorstechen und in meinem Leben. Ja, und das ist ein Vorrecht. Wir dürfen uns mit Gott beschäftigen, mit seiner Herrlichkeit beschäftigen. Und es wird etwas mit uns machen, ob wir es sofort spüren oder nicht. Aber wir werden verändert, weil die Herrlichkeit Gottes in uns Raum gewinnt und uns verändert. Er tut es. Und das ist wie bei einer Pflanze. Ich sehe das Wachstum eines Samenkorns nicht sofort. Und oft, wenn ich es beobachte, da ist irgendwas, da wächst irgendwas. Ich sehe es nicht minütlich, aber es entsteht etwas. Es entsteht etwas Schönes. Und so auch bei der Veränderung. Und das Schöne ist, Gott hatte schon vor aller Zeit bestimmt, so wie es in dem Vers gesagt wird. Ja, also Gott schafft den Menschen, der fällt in Sünde, wendet sich ab. Und schon da hat Gott einen Rettungsplan und weiß, er wird den Messias schicken. Aber selbst darüber hinaus hat Gott schon vor Grundlegung der Welt uns erwählt, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Hat schon diesen Gedanken der Herrlichkeit gehabt, an der wir Anteil haben dürfen. Ja, hier das Wort Herrlichkeit. Doxa bedeutet Ausstrahlung, Glanz, Pracht, Ehre, Majestät. Ja, und erinnert euch an Kapitel 1. Da wurde uns so ein düsteres Bild gegeben. Ihr Christen, ihr wart verachtet, ihr wart, was hatten wir da noch, ihr wart nicht angesehen, nicht einflussreich, ihr hattet nichts zu sagen, ihr wart ja quasi verhöhnt von der Welt. Und jetzt, welch ein starker Kontrast. Was hat das Evangelium mit uns gemacht? Dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben dürfen. Nach den Maßstäben der Welt nicht, aber nach den Maßstäben Gottes auf jeden Fall. Und jetzt wieder der Kontrast. Wir schwenken wieder um zum natürlichen Menschen. Vers 8. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt. Und wenn sie diese Welt erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und da haben wir so viele Begebenheiten im Neuen Testament. Da ist Jesus der sündlose Gottmensch und er begegnet Menschen. Und was tun diese Menschen? Sie sehen die Herrlichkeit von diesem Jesus nicht, sondern sie wenden ihn ab. Da tut dieser Jesus messianische Wunder. Und was machen sie? Sie sprechen es dem Teufel zu, dass er eben nicht in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät diese Wunder tut, sondern sie rufen, kreuzige ihn. Statt die Schönheit zu erkennen, die Majestät zu erkennen, nageln sie ihn ans Kreuz. Und das erleben wir heute genauso. Da, wo Jesus in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit vor den Menschen steht, da ignorieren die einen ihn. Da schieben die anderen ihn einfach beiseite und wollen sich nicht mit ihm auseinandersetzen. Oder die Dritten kämpfen aktiv gegen dieses Geheimnis Gottes. Und jetzt sehen wir, so ist der natürliche Mensch. Der Mensch hat, obwohl Jesus sich geoffenbart hat, gezeigt hat, den Menschen gezeigt hat und auch heute, wie viele Menschen zeigt Gott sich heute? Sie wollen ihn nicht erkennen und sie stoßen ihn beiseite. Und jetzt wieder der geistliche Mensch. Vers 9. Nein, wir verkünden, wie geschrieben steht, was kein Auge je gesehen hat, kein Ohr jemals gehört hat, was keinem Menschen jenen Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Hier wird jetzt ein Zitat, so ein sinngemäßes Zitat aus Jesaja genannt. Und es ist schon irgendwie ein ganz interessanter Vers, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was keine Menschen in den Sinn kam, hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Was hält Gott ganz konkret für die bereit, die ihn lieben? Sind das jetzt alles irgendwie so besondere Zugaben und Geschenke, die Gott bereithält? Oder was ist das ganz konkret? Ich glaube ganz konkret, wenn wir uns das ganze Neue Testament, die ganze Bibel anschauen, sind natürlich auch ganz, ganz viele Segnungen uns geschenkt werden, zum Beispiel, dass wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit, gar keine Frage. Aber was ist das, was kein Auge je gesehen hat bis dahin? Was hatten bis dahin kein Ohr gehört? Was ist denn das, was keinem Menschen jemals in den Sinn kam? Es ist ganz einfach das Evangelium von Jesus Christus. Das würde doch nie einem normal denkenden Menschen in den Sinn kommen, dass Gott selber von einer Jungfrau auf diese Welt kommt. Dass dieser Gott, obwohl er sündlos ist, bereit ist, sich auspeitschen, schlagen zu lassen. Dass dieser Gott bereit ist, sich ans Kreuz schlagen zu lassen und bereit ist, als Gottmensch zu sterben. Das hat doch nie ein Auge gesehen, kein Ohr gehört. Niemand würde sowas je überhaupt in Erwägung ziehen können. Aber genau das hat Gott getan. Und hier heißt es, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Sie dürfen das Evangelium mit ihrem Herzen verstehen. Und das Spannende ist, wir können 40 Jahre mit Jesus unterwegs sein oder 60 Jahre. Diese einfache Wahrheit des Gekreuzigten kann uns nach 40 Jahren größer sein denn je zuvor. Wir können uns nicht an diese Wahrheit gewöhnen, wenn wir uns mit dieser Wahrheit auseinandersetzen. Sie ist viel zu groß, viel zu gewaltig, viel zu kraftvoll und lebensverändernd. Und das lässt Gott uns erkennen, die ihn lieben, den geistlichen Menschen, immer wieder neu. Was es mit dem Gekreuzigten auf sich hat? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns nie an diese Botschaft des Gekreuzigten gewöhnen. Dass wir nie, wenn wir an einer Predigt zuhören, den Gedanken haben, jetzt redet er wieder von Jesus, dass er gekreuzigt ist. Das weiß ich doch schon, dass er auch auferstanden ist. Nein, das ist die beste und die freimachendste Botschaft, die es überhaupt gibt. Wenn das nicht mehr verkündigt wird, dann hinunter von der Kanzel. Das ist die Botschaft, die brauchen wir. Und jetzt finde ich es so schön, dass es ja schon alles so schön ist, aber es wird noch schöner. Geht es schöner? Ja, es geht schöner. Vers 10. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis geoffenbart. Das Evangelium ist angekündigt im Alten Testament. Aber jetzt diese noch tiefere Dimension, dass durch den Geist uns etwas gezeigt wird. Der Geist gründet nämlich alles, auch das, was den Tiefen Gottes verborgen ist. Die Wahrheit Gottes kann nicht so einfach entdeckt werden. Sie ist so augenscheinlich. Jesus begegnet. Es ist so greifbar und doch irgendwie so ungreifbar. Ja, der Heilige Geist muss am Herzen arbeiten. Der Heilige Geist muss Menschen vorbereiten. Der Heilige Geist muss wirken. Ja, der Jesus selber betet, Vater, gib die, die du mir gegeben hast. Also es muss alles ja durch den Geist vorbereitet werden. Durch den Geist ist es geoffenbart worden. Ja, und dann ist aber trotzdem der Mensch gefordert, eine Antwort zu geben, wenn der Geist vorbereitet, wenn der Geist mahnt. Es ist nicht so, und das habe ich schon öfter gesagt, das ist meine Überzeugung, dass ich jederzeit einfach sage, okay, dann bekehre ich mich jetzt eben. Ja, ich gehe auf die Knie, bete um Sinnvergebung. Ich glaube, es gibt Momente im Leben, wo der Heilige Geist in besonderer Weise wirkt, wo er einem nahe kommt, wo er einen überführt von der Sünde. Und diese Möglichkeiten, die gilt es zu ergreifen. Bei dem einen sind es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, bei dem anderen sind es vielleicht vereinzelte Möglichkeiten, aber wo es dann gilt, Ja zu sagen, wo wir die Möglichkeit haben. Ja, Gott lässt sich nicht spotten, aber Gott schenkt Möglichkeiten, wo wir eine Antwort geben dürfen. Und jetzt kommt hier die ganze Komponente des Heiligen Geistes mit hinein. Später redet er über Missbrauch von Gaben, von dem Geist, der Gaben gibt, wie er will. Aber ich finde es so schön, dass hier die ersten Erwähnungen des Heiligen Geistes, gerade im Korinther Brief, gar nicht irgendwie in Bezug auf Gaben gebraucht werden, sondern in Bezug aufs Evangelium gegeben wird. Also der Heilige Geist gibt Evangelium, schließt Evangelium auf, sodass wir eine Antwort geben durften. Und der Heilige Geist hat somit die zentrale Botschaft, die er uns aufschließt. Also die Korinther haben das Zentrale aus dem Blick verloren und kämpfen auf Nebenschauplätzen und haben das eigentlich vergessen, was ihn der Heilige Geist eigentlich aufgeschlossen hat. Und von daher geht es auch später, wenn wir zu den Gaben kommen, nicht einfach um die Gaben, wenn es um Dienste geht, nicht einfach um Dienste. Es geht immer darum, dass das dem Wesentlichen, dem Evangelium dient, der Nachricht vom Gekreuzigten. Und warum ist der Heilige Geist am besten dafür geeignet, uns in die Tiefen des Evangeliums oder einfach in die Tiefen Gottes hineinzuführen, zu offenbaren? Das finden wir in Vers 11 und 12. Wer von den Menschen weiß denn, was im Inneren eines anderen vorgeht? Das weiß nur dessen eigener Geist. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Also die Aufgabe, die der Heilige Geist in der Bibel übernimmt an ganz, ganz vielen Stellen, ist ganz konkret Kommunikation. Er redet, er hat das Wort Gottes inspiriert, gehaucht, uns fehlerlos gegeben. Der Heilige Geist kommuniziert mit uns. Er übermittelt immer wieder Botschaften. Und weil er selber Gott ist, kennt er natürlich auch sich selbst, Gott, am meisten und kann dem entsprechend auch am besten die Gedanken Gottes in einer Art und Weise weitergeben, wie wir es dann auch wirklich verstehen, in einer Einfachheit, in einer Klarheit. Und es gab im Alten Testament, wenn ihr euch zurückerinnert, ganz, ganz viele Botschaften. Da ist ein Zacharias und eine Elisabeth, die bekommen eine Botschaft vom Engel. Da sind auch im Alten Testament immer wieder Engelerscheinungen, die gewisse Botschaften überbringen. Aber hier die Botschaft vom Evangelium überbringt Gott selbst, der Heilige Geist, weil er selber Gott ist und die Tiefen Gottes kennt. Das macht er zur Chefsache persönlich. Und wir sehen eben in Vers 11, dass er am besten geeignet, am besten qualifiziert ist, Gottes Wort zu offenbaren, weil er am besten weiß, was in Gott vorgeht. Ja, ich denke, von allen, die hier sind, kenne ich mich selbst am besten. Würde mir wahrscheinlich zustimmen. Ja, Ellen ist lange mit mir verheiratet. Sie weiß lange nicht alles, was ich denke und so weiter, obwohl wir schon über 18 Jahre verheiratet sind. Oder? Über? Ja, sorry. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ja, sie kennt mich. Meine Kinder kennen mich ein bisschen. Andere kennen mich vielleicht noch weniger. Aber jeder kennt sich selbst am besten. Und Gott selbst kennt sich, weil er Gott ist natürlich am besten und kann dann am besten sich offenbaren, wer er ist, wie er ist. Und das Bild wird uns hier gegeben. Und jetzt in Vers 12 nochmal dieser Gedanke, dass der geistliche Mensch, der das Evangelium verstanden hat, jetzt mit dem Heiligen Geist beschenkt ist. Vers 12. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Ich finde, es ist ein so großes Bild, das uns hier gegeben ist. Ein so großes Geschenk, kein Bild, eine Realität. Es wird in einem Kontrast gezeigt, was wir nicht bekommen haben, nicht den Geist der Welt. Das haben vielleicht die Machthaber, die anscheinend weisen Menschen dieser Welt, sondern wir haben den Heiligen Geist bekommen, der von Gott kommt, der Gott selber ist. Ja, und das ist auch wiederum etwas, was die Bibel uns zuspricht. Also die meisten, die heute hier sind, denke ich, sind Kinder Gottes. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir sind so reich beschenkt und es macht einen Unterschied, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht. Er will uns führen, er will uns leiten, er will uns das Wort Gottes aufschließen. Er steht bereit, aber er möchte, dass wir in unserem Wohnung Raum schaffen für ihn, dass er zur Entfaltung kommt, dass er nicht gedämpft wird, sondern dass er das Werk tun kann, das Gott vorbereitet hat. Ja, wir haben, so können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Ja, wir können es sehen. Am Montag, als ich nach Hause gefahren bin, nach dem Mitarbeiterkreis, da war starker Nebel hier auf den Feldern. Ich habe nicht die Häuser nicht gesehen. Ich habe die Felder kaum gesehen. Ich bin sehr langsam gefahren. Ich konnte es nicht erkennen. Die Klarheit fehlte mir. Und hier heißt es, die, die den Geist Gottes haben, ja, die, die haben diesen blauen Himmel. Sie sind nicht, die Sicht ist nicht beeinträchtigt durch den Nebel. Sie haben einen klaren Blick. Sie sind in der Lage zu erkennen. Zunächst das Größte zu erkennen, Jesus Christus, der Gekreuzigte, aber dann darüber hinaus zu erkennen, wir haben den Heiligen Geist in uns und mit dem Heiligen Geist eine ganze Reihe verschiedener Segnungen, mit denen er uns beschenkt hat. Das Wort Gottes, was er gehaucht hat. Die Einigkeit, die wir erleben dürfen. Die Gemeinde, die er ins Leben gerufen hat. Die Gaben, mit denen er Einzelnen beschenkt zur Erbauung des Nächsten. Den Frieden, den wir mit Gott haben können. Die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn, die er in uns wirkt. Also unfassbar viele Geschenke, die der Heilige Geist in uns groß macht und wirkt. Und dann in Vers 13 redet er noch mal von dem, was Gott uns noch geschenkt hat. Und davon reden wir auch, aber nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie sie der Geist lehrt. Und hier sehen wir wieder einmal, geistliche Dinge können nur von geistlichen Menschen durch den Heiligen Geist erkannt werden, in einer Art und Weise, wie sie dem Evangelium gemäß ist. Ja, vieles in der Gemeinde kann man vielleicht versuchen, aus einer menschlichen Logik zu erklären, mit gewissen Argumenten. Aber in letzter Konsequenz wird es von dem natürlichen Menschen nicht verstanden werden können, weil er den Geist nicht hat. Aber wer wirklich wiedergeboren ist, wer den Geist hat, der wird gewisse Dinge auch in der Gemeinde, auch in der persönlichen Hingabe erkennen, weil der Heilige Geist das Wort aufschließt. Ja. Und auch den Heilsplan immer mehr verstehen, weil er alles richtig beurteilt, weil seine Grundlage das inspirierte Wort Gottes ist. Ja, kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, dass es einige kennen aus ihrer Bekehrung. Ich habe gerade, Lukas, vielleicht darf ich es doch erzählen, aus dem Zeugnis heraus, wir haben ein Gespräch gehabt und ich sage, ja, wo ist denn für dich der Unterschied vor der Bekehrung, jetzt nach der Bekehrung? Er sagt ja vorher, ich habe mich so mit Dingen beschäftigt, vielleicht wirst du es auch am Sonntag erzählen, aus dem Wort Gottes. Ich habe vieles gar nicht so verstanden. Aber jetzt, wenn ich lese, ich verstehe auf einmal so viel mehr, natürlich immer noch bruchstückhaft, aber schon so viel mehr. Gott, der Heilige Geist, schließt Gottes Wort auf und das können wir wahrscheinlich fast alle bezeugen. Ohne Gott, man beschäftigt sich, aber irgendwie man stößt an eine Grenze, über die es nicht mehr weitergeht. Aber mit dem Heiligen Geist ist auf einmal der Nebel weg und man sieht weiter, man erkennt die Perspektive dahinter. Er sagt, geistlichen Menschen erklären wir geistliche Sachen. Also der Brief an Korinth ist an geistliche Menschen, an Christen geschrieben, denen sollen diese Dinge erklärt werden und nicht dem natürlichen Menschen. Die könnten mit diesen ganzen zwei Kapiteln sowieso nichts anfangen, weil das Wort vom Kreuz eine Torheit für sie ist. Menschen, die Gott nicht kennen, werden Worte verdrehen, zweckentfremden, weil der tiefere Sinn, wie gesagt, nicht erkannt wird. Und dann in Vers 14, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Er kann es einfach nicht. Selbst wenn er wollte, selbst wenn er Theologie studieren würde für 27 Jahre, er wird es nicht können, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und das beschreibt hier, jetzt haben wir eben diesen Begriff, der natürliche Mensch. Hier wird er jetzt ganz konkret genannt. Er kann die Bibel, wie gesagt, jahrelang lesen, in verschiedenen Ausgaben, Übersetzungen, sämtliche Kommentare dazu nehmen. Ja, ich habe selber im Laufe des Studiums einige Bücher lesen müssen von liberalen Theologen, wo ich sage, wow, die sind echt theologisch scharfsinnig und tiefgründig. Aber sobald es ums Evangelium ging oder um Prophetie oder um das inspirierte Wort Gottes, sind sie an Grenzen gestoßen, wo ich sage, du hast doch alles so gut erklärt, warum diese Schlussfolgerung macht auch keinen Sinn. Weil es ein natürlicher Mensch ist, dem der tiefere Sinn verborgen ist. Und so war es auch schon zur Zeit Jesu, die Schriftgelehrten, sie kannten sich so gut aus. Sie kannten große Teile des Alten Testaments auswendig. Es gab Leute, die kannten das ganze Alte Testament auswendig. Aber was war ihnen verborgen? Die Stellen, die von Jesus handelten, Jesus als handelnder Gott im Alten Testament, als der verheißene Messias, das ist ihnen nicht offenbart worden. Sie nehmen das, was der Geist ihnen vielleicht auch gesagt hat. Sie haben es einfach nicht angenommen. Es ist wie, wenn man nicht lesen kann. Jemand, der nicht lesen kann, der kann das Wort, der kann vielleicht einzelne Buchstaben irgendwie sehen, kann vielleicht auch den Buchstaben benennen, aber er kann das Wort nicht zusammenbringen, die Buchstaben nicht zusammenbringen, den Satz nicht zusammenbringen, den Inhalt in dieser Botschaft nicht zusammenbringen. Es ist ein irgendwas Konfuses, so eine Buchstabensuppe, die er sieht, ohne tieferen Sinn. Und so auch der natürliche Mensch, er sieht die Buchstaben, er hört die Botschaft, er liest dieselbe Bibel, er hört vielleicht dieselben Predigten und dennoch ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Es macht nichts mit dem Herzen, weil der tiefere Sinn fehlt. Ja, hier Unsinn. Ja, er kann nichts damit anfangen. Es ist ihm einfach nicht gegeben, weil er keine persönliche Entscheidung getroffen hat. Ja, ich kann einem kleinen Baby von acht Monaten, ich kann ihm Taschenrechner in die Hand drücken und sagen, rechne mal sieben mal sieben plus zwei. Er wird sagen, eine Torheit. Dumm. Ja, ich kann damit nichts anfangen. Es ist mir verborgen. Und so eben auch dem natürlichen Menschen. Und da, dass wir es erkennen können, ist nichts anderes als Gnade. Und für diese Gnade können wir danken, dass uns das Wort Gottes aufgeschlossen ist. Ein ganz schönes Zitat von Martin Luther. Er sagte, die Bibel kann man nicht durch bloßes Studieren oder Begabung verstehen. Man muss sich ganz und gar auf den Einfluss des Heiligen Geistes verlassen. Richtig gut, was er hier sagt. Oder Calvin, auch ein schönes Zitat. Das Zeugnis der Schrift übersteigt die Vernunft. Denn diese Worte werden in den Herzen der Menschen erst dann volle Würdigung finden, wenn sie von dem inneren Zeugnis des Geistes versiegelt werden. Also es muss im Inneren eine Würdigung finden. Es muss etwas im Inneren geschehen. Und das tut einzig und allein der Heilige Geist. Deshalb braucht der Heilige Geist die volle Entfaltung. Es muss geistlich beurteilt werden, nicht durch intellektuelles Wissen, so gut es auch an vielen Stellen seinen Platz hat und richtig und wichtig ist. Aber es braucht für uns Christen den Heiligen Geist. Und dann merken wir, dass der Heilige Geist sich dann auch des Intellekts bedient. Verlass dich auf den Herrn von Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, und wenn wir das tun, dann merken wir, Intellekt kommt dazu, aber es braucht zunächst dieses Grundvertrauen in Jesus Christus. Und dann im vorletzten Vers, ein geistlicher Mensch kann das alles richtig beurteilen. Klingt schon heftig, oder? Ihr, alle die Christen seid, ihr könnt es richtig. Die anderen können es nicht, ihr könnt es. Das sagt der Text. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Ich fand das so schön, wie der von Heiden, das hier übersetzt, in der Neuen Evangelistischen. Er selber aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Also hier wiederum eine weitere Beschreibung eines geistlichen Menschen. Das, was der Ohne nicht, der Natürliche nicht kann, das können wir. Und von daher sehen wir hier wiederum ein Geschenk, das wir bekommen haben durch den Heiligen Geist. Und das dürfen wir wertschätzen, das dürfen wir hochhalten. Da dürfen wir uns von dem Heiligen Geist die Augen öffnen lassen, uns ermutigen lassen, uns aber auch ermahnen lassen, zurechtweisen lassen, dass ja uns immer wieder neu auch das Verständnis für die Wahrheit Gottes auftut. Ich habe noch ein weiteres Zitat von Martin Luther mitgebracht. Er sagt, der Mensch ist wie eine Salzsäule, wie Lotsfrau. Er ist wie ein Baumstumpf oder ein Stein. Er ist eine leblose Statue, die weder Augen noch Mund, Sinne oder Herz gebraucht, bis er erleuchtet wird, umgekehrt und vom Heiligen Geist erneuert wird. Eine Beschreibung des natürlichen Menschen und dann umgekehrt durch den Geist eine Beschreibung eines geistlichen Menschen. Genau das will dieser Vers sagen. Und jetzt eine Beschreibung. Er aber selbst bleibt allen anderen ein Rätsel. Luther übersetzt. Und er wird doch selber von niemandem beurteilt. Also wir sind nicht einem menschlichen Urteil unterworfen. Egal welcher Machthaber, welcher Gelehrter, welcher Richter meint uns beurteilen zu müssen. Er kann es nicht beurteilen. Wir werden eines Tages vor dem Richterstuhl Jesus stehen und er wird über unser Leben urteilen. Ja, sondern der natürliche Mensch wird vielleicht unser Leben sehen und er wird vielleicht nur Fragezeichen haben. Was macht er? Warum steht er jeden Sonntag auf? Wer fährt an einem Donnerstagabend zu einem Bibelabend? Was macht das für einen Sinn? Es kommt auch Deutschland oder weiß weiß ich oder Fußball oder sowas. Er kann es nicht verstehen. Es ist ein Rätsel. Ja, wir sind für viele Menschen ein Rätsel. Wenn wir in einer Umgebung sind, wo wir vielleicht in der Schule, Arbeit, wo auch immer zu Jesus stehen und vielleicht die einzigen sind, die zu Jesus stehen, dann sind wir für die Menschen ein Rätsel. Sie werden es nicht verstehen und dann haben wir vielleicht auch ganz oft mit Angriff, mit Anfeindungen zu kämpfen. Und dann im letzten Vers, denn wer kennt schon die Gedanken des Herrn, dass er ihn belehren könnte? Der natürliche nicht. Er kennt die Tiefen und die Gedanken Gottes nicht. Er wird es vielleicht versuchen, er wird sich anmaßen, es zu tun, aber er wird es nicht können, weil er die Gedanken des Herrn einfach nicht kennt. Aber wir haben die Gedanken des Christus. Ja? Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Ich glaube, im 2. Timotheus, irgendwo meine ich, steht das, bin ich sicher. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Halt im Gedächtnis. Sei aktiv. Denk an Jesus. Wenn du durch den Tag gehst, wenn du in den Tag gehst, wenn du aus dem Tag gehst. Denk an Christus. Und er sagt hier, wir haben die Gedanken des Christus. Wir haben das Evangelium. Und man spürt richtig in diesem Kapitel, wie schön das Evangelium hier beschrieben wird und wie privilegiert wir Christen beschrieben werden, die das Evangelium erkannt haben. Der natürliche Mensch und der geistliche Mensch. Ich hoffe, dass uns dieser Unterschied sehr, sehr deutlich geworden ist. Ja? Und in welchen Stand Gott uns versetzt hat. Wir lassen uns wirklich auch, wenn wir gleich ins Gebet gehen, auch diese Dankbarkeit haben.